Welches Trend? Das ist eine der größten Unternehmensberatungen. Die haben also analysiert, wie man die Digitalisierung bei den Immobilien machen kann. Und was soll ich Ihnen sagen? Die sind also so zu dem Entschluss gekommen, ja, das Herzstück der Wohnungswirtschaft steht hier, lässt sich nicht digitalisieren. Also die Wohnung wird noch nicht digitalisiert. Das ist ja schon mal eine interessante Sache. Also wahrscheinlich wird in Zukunft auch noch immer in der Wohnung gewohnt. Auch die andere Variante ist ja denkbar. Wir sind in einem modernen Zeitalter und Sie wissen ja selber, Sie brauchen nicht mehr in den Urlaub zu fahren, Sie legen sich ins Bett und setzen eine VR-Brille auf und erleben dann den schönen Urlaub. So könnte man sich auch wieder in so eine Schlafnische legen und in den Urlaub sitzen und hätten die schönste Wohnung oder schönste Zeitverbliebenhaus. Dann braucht er noch physisch ein Haus oder eine Wohnung. Aber noch nicht nach einem ganz so heißen Tag. Dann muss man nur noch zu- und abgang anschließen, ja, irgendwie, dann braucht man gar nicht mehr aufzugestellen. Das war's. Wait. Vielen Dank.